Hier zeige ich die Konstruktion eines Ärmels. Am Ende des Videos kannst du ein Ärmel für ein Hoodie nach deinem Maßen konstruieren. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich jetzt schon über einen netten Kommentar und einen Daumen hoch. Wenn du dich für Schnittkonstruktion interessierst, dann abonniere doch meinen Kanal. Hallo und herzlich willkommen bei Werte Designer. Ich bin Elli und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Schnittkonstruktion und Abformen. Als erstes verlängere ich die Mitte zwischen den Schulternähten ab dem Armloch um die Armlänge. Für die Ärmelmitte gehe ich 2 cm tiefer, mache eine Markierung und verbinde das mit der Schulter. Ich zeichne eine senkrechte und trage die Hälfte der Ärmelsaum weiter ab. Am Saum gehe ich etwas nach außen und zeichne einen rechten Winkel. Durch die Ecke am Armloch zeichne ich einen Kreisbogen um den Ärmelpunkt. Von der Hälfte des Armdurchmessers ziehe ich 1 cm ab und trage das Maß am Kreisbogen ab. Nun zeichne ich eine Kurve vom Ärmelpunkt zum neuen Punkt und übertrage das Maß vom Armloch auf den neuen Bogen. Nun zeichne ich die Ärmelnaht. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Ciao! Ciao!